Willkommen in Cerenice, ohne CSGO, ohne M.K. Ich bin mit 19, ich bin A, er geht B da, dort hier. Dann mach ich auch B. Ja, für die erste Runde auf jeden Fall, 2B. Ja, aber wenn, schlacht oder? Alter! Der ist hier in diesem komischen Außenraum. Ja, ich schieb jetzt. Alter! Wo? Der ist hier in diesem komischen Außenraum. Schiebt. Seht zu. Was ist denn Faschisten? Der ist hier in diesem komischen Außenraum. Guck dir, jetzt geht wer zurück. Ja, muss gehen mal bitte zu A. Ne, ne, alles gut. Der ist in diesem komischen Außenraum. Der ist in diesem komischen Außenraum. Der ist in diesem komischen Außenraum. Mit so. Zitrался. Zitrался. The bomb has been planted I'm defusing the bomb Nice job Really good job Sehr sehr schön mit viel Ruhe gespielt muss man sagen Obwohl ich diese USP einfach nicht Also ich hab die einmal kurz gespielt und dann sofort wieder geswitcht Ich hab sie auch nicht gemacht Andere schwören drauf ich bin da kein Freund von Den sie mittlerweile schon wieder ganz gerne Ich glaub ich nimm sie einfach auch mal wieder mit rein aber Ich bin A Ich bin A VB ist sauber, Mitte ist sauber Ja hier ist schon einer raus Oh Oh Ich hab die Smoke Wär kein Ding aber ich hatte mich ein bisschen gewundert als er auf einmal vor mir stand Deswegen liegt da ja die Smoke Verstehen Servus Da legt man halt eben grundsätzlich ne Smoke hin Weil du ihn früher siehst wenn er aus der Smoke rauskommt wie er dich Ja Ja normalerweise mach ich auch aber Ja Ja kein Ding Ich leg jetzt nochmal die erste Smoke dann machst du die zweite ja Jo Und orientier dich immer an dem Punkt auf dieser Metallsäule Ja unten Mit denen da Schönen sich locken Granate von mir Grenade out Leading down stroke Deploying flashbang Deploying flashbang Dicks hier Ich bleib hier dran defensiv Grenade out Könnte sein dass die Spiele gekauft haben ne Gerade schon low buy gemacht Flushbang Beat mal eben rüber B Ich geh wenns Wurde Ich werfe einfach für welche kaufen Ich hab ne Akk von denen Gut Ähm Servus grade map glaub ich Ich glaub das genug Kohle für nen Upgrade Obwohl mach einfach was für dich Ist auch egal Genau das hab ich keine Ahnung Let's get this down Eigentlich nicht Ich bin ja nicht so gut gefallen Hatten die jetzt gekauft? Die hatten zumindest ein AT&T in der AK Die hab ich mir geholt Ein AT&T bin 90 Fire in the hole Flushbang 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 Vor A stehen die Flushbang Flushbang Meinde steht da einer Zumindest einer Flushbang 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 Bombe down Mitte Grenade out Fünn Einer war nach oben in der Main Oh, meine Fresse Ermittler Hat die Bomben Der wird die Bills Oh, die sieht auch noch gut aus Ah, er kam vor allem ohne Munition rausgerannt Das ist immer doof Da hast du wohl recht Da hast du wohl recht Ich lege Achtung Sorry Deploying Flashbang Flashbang Stell dich mal hier hin Servus Hier Back to door Na klar Na klar Hat versucht vorzukommen der Arsch Flashbang Welches Vokabular lobst du denn schon wieder? Was ist hier? Was ist hier? Not B. Die Ansage wäre extrem wichtig Soll ich eine Akaliber mitbringen oder eine AWP? Äh 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 Das ist immer dieses typische Das oder was Ähm Äh Okay ist vorbei Dann nehme ich Äh Ah ja habe ich gerade nicht im Angebot, tut mir leid Nicht? Ach meine ich hätte aber auch Spaß Und let's go Flash hoch auf Mitte Oben boost Machst du den? Ja Deploying Flashbang Deploying Flashbang Grenade Out Flashbang Is das smoke? Ich habe ein lag Servus Achso ja Was haben wir denn immer hier für Hyping Ja Ich habe keine Ahnung Ja Mitte Deploying Flashbang Deploying Flashbang Deploying Flashbang Throwing Grenade Ja Mitte Kom zu A Abwärts Ja Komm zu A Du bist hier ich hab mir nur ne veröffentliche Waffe am Start, sehr gut wollte ich erst anschießen das wäre ja ganz schön in dir rausgegangen ich hab Rauchzeichen gemacht Fabi, hast du abgelesen ne? im Mai 45 ruhig, ne? ruhig, ja ruhig, ne? ruhig, ne? ruhig, ne? blind? doch, du? ja nochmal blind? nur noch Angst hab ich nur mit dem Arsch flash von mir ab ja, ich bin tot einer Main inke Seite, ans HE reinwerfen door auf ja, ist grad rüber sehr schnell, ja sehr schnell, der ist down letzte man hier eigentlich auch durchschießen? guck mal Kai bei mir probier mal müssten wir mal zusammen machen das müssten wir mal zusammen versuchen, ja? ne, da kannst du denn jetzt wohin schießen das kannst du vergessen, da geht nix hin denn da ist ne fette Mauer nette Idee, aber das kannst du vergessen vergessen kannst du das ich weiß ja wie viele Wall Shots ich hier schon gemacht hab smoke grenade out smoke incendiary out ich hab jetzt ohne Brust du hast den, ok ohne Brust wenn du sobald der smoke weg ist, switche ich auf der Mitte door durch die smoke door ja, einer Mitte ah, schieb mal drei vormle ich flasher von mir hoch oh, im S-B-3 grenade out Knack, muss nachladen drogen drühen flashbang ganz hinten links in der Ecke alter top bombs halt vor der HP oh äh terrorists win wenn du nix triffst dann ist scheiße beziehungsweise triffst aber wenn du ihn nicht umtrickst Ah wow, sie haben eine Runde Ja dann drob mir mal Servus M4 oder so Oh ne du hast ne scheiße M4, vergiss das Balti Ich kann ja eine Arve legen Dann leg mir eine Arve Eie Arven, Mitte? Naja Ich steck Mitte Steck oben Flashed Ich verschiebe Ich laufe A Ja einer raus vom Kabelstapler Hinten rum Einer unter dir Der ist schon oben drauf Hinten rum Der ist doof Soll er's helfen? Was soll er machen? Ist ok Ich schock jetzt auf jeden Fall keine AWP mehr Frach wenn sie da rauskommen Autosniper Was macht er denn? Ist er dumm? Egal was er macht Vor allem von euch beiden Neue Brüder Ne das nicht unbedingt Ne das nicht unbedingt Aber ähm Der hätte ja auch irgendwann mal verschieben können Hat er ja nicht gemacht Bis sie von mir dann passt Egal Wir haben noch genug Geld Ich geh jetzt auch Das ORW-PW-K M4 M4 Und der Tag gehört dir Puh Puh M4 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 undergoing slash bang Ich schlemme jetzt mal in Wend schacht rein M4 Mitte steps zu b steps Flash oben Flash nochmal von oben Einer ist oben drauf Mitte auf Am besten einer verschiebt jetzt von A Ja dann geh ich mal rüber Ja Er entwindet ab, der andere Typ Stimmt aber nicht Ist tot, weh offen Ja B ist Bombe 2 Stück B Hier sind Ruhm Wir haben 3 Gegner Kleiner Windraum Wir geben uns in die Mitte runter Einer rechts noch Dünn Einer noch on spot Ah on spot Hinter der Weg Stimmt Dann dreh dich gleich nach links und hol die AWP Richtung Ventroom Prodiniere dich Rechts 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 Ventroom Rechts Da Genau Schön Scheiße Ich schmeiß nur Smoke Ich hab keine Smoke Deploying Decoy Deploying Flashbang Ja Ah Ja confirmed Ich verschiebe Ja Flasht Ja Fullflasht Ja So Ja Einer hinten Alle 5 leben ja noch Ist ja egal Weiß der Ansage Ja 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 Viel safe gespielt naja, es gibt schlimmere sachen als den save zu spielen naja, es gibt schlimmere sachen, den save zu verkacken zum beispiel ich hab ne smoke, ich smoke zuerst naja, du machst jetzt alleine mit, ich geh durch mehr kraft ich bin kurz hängen geblieben, weil ich geflasht war und es kommt keiner raus, keiner raus hier, hier, wasser servus oh, geht nicht main zwei ach wir stehen noch main ey hey warum bewegt er sich denn nicht oh, er ist bequered bewegt man sich echt dadurch schneller oder keine ahnung, weiß ich nicht wenn man es richtig macht, ja gerade machen die uns ganz schön gut, ne, die jungs ja, ist okay ich klicke gleich mal auf, ah, ich brauch mal nen wechsel, in der mitte gibt's immer fettbacke fettbacke jaa, ich kann mal vorn mit ich probiere mir sowieso echo, können wir irgendwo gegen pushen was wollen wir machen? push über mitte weil das ist eigentlich die schlechteste ob es ist? ne ne, aber der hat auch dich getippt ok, we'll rush him later counter echo oh, geil ich bin weg, zieh mich zurück da hat alles nach, was ich lachen wollen muss jaa natürlich kommt rum, kommt rum, kommt vor jetzt steht der ganz links und echt ins AIMP kommt, doch B B hier liegen noch Waffen an so'n Scheiß gegen 4 3 macht er 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 5 5 6 6 6 7 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 7 8 7 9 6 10 10 11 10 11 12 12 12 12 11 12 12 Fabi hier nimm ne 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 alles gut, alles gut, alles gut, ich hätte dir jetzt ne Stromschlitte gekauft, das wär's gewesen Einer ist door, ich geh mal von der Mitte weg, rüber zu B Na ihr habt das erstmal in Kontrolle Ich steh mich jetzt hier wieder zurück Nein Ja, auf A, Bombe A, 3 drauf, 3 on A, Bomb also Geht zusammen Noch einer Der muss noch nicht drauf sein, also Der defused jetzt Rechts Von CT Schön Ich treffe auf diesem Scheißdreck Dings Naja, passiert, letzten Tage hatte ich das Gefühl, das geht mir nur Ein Problem, dafür trinken wir gleich Bier Oh, ich hoffe auf Wodka, hör mal so Ach, Leute Ähm, natürlich nicht, sagt Wir können auch über Mitte raus, ich flash euch Gleich Ich geh doch, wartet ne Äh, so Aber Aber Leute, einer rennt einfach brutal durch Und go, 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 jetzt erst so ganz schön Ich bin hier oben, kehrt raus Oh, fuck CT CT CT, ich bin jetzt ne Flash von mir CT noch immer, kommt vor, Truck jetzt Was, ich hab nicht mal Support gekriegt Ich auch nicht Seit lange haben wir beide, weil wir beide gegetet haben Wahrscheinlich haben wir uns den, äh Den Schaden gezahlt Ey, der letzte, dieser Vom Kring Q, Flash oder King Da war ich voll drauf Ich hab ihm 27 in einem gegeben Voll drauf Ja, aber du brauchst irgendwie 40 oder 40 oder so plus und dann Nochmal A, nochmal A, wir stehen supi Ey, ey, ey Na, ich komm von Mitte A Okay Tor Ach, fuck Sorry, mein Fehler war richtig blind Noch einer Mitte An Sandsecken An Sandsecken Schön, einer noch Kerbus, bleib mal bitte am Truck Alles cool, alles cool Wo, 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 wo? Kauft er denn Aykay, Motherfucker, Bitch Whaaat? Was denn los? Wir haben's verstanden Wir haben's verstanden Eh, hier hab ich pusht dich, weißen Ah, ne Ja, trotzdem komm I'm throwing the Flashback I'm throwing the grenade Schrauben die Karte! Wunderbar! Flasband! Schrauben die Flasband! 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 So B haben wir so mehr als in die Hände. Window! Window! Wird man das Window da oben? Ja keine Ahnung. Naja passt schon. Ich weiß nicht wie ich es sonst nennen würde. Ich hab die Bombe geplant! Wuhuuu! Nein, da hab ich die Bombe. Servus Grämmer bitte ab. Aber die haben jetzt Waffen. Also spielt jetzt ein bisschen vorsichtiger. Keiner. Also Vollgas drauf. Nee. Hinten rechts AWP. Ja, am Ende kam einer hin. Oh man, die Flasche ist nicht weit genug geflogen. Ja, eine noch auf A drauf. Ne, ich glaub es sind mehr drauf. Lässt mal ein Gabelstapler. Lässt mal ein Gabelstapler. Gernade out! Smoke! Grenade! Ich bin. Hier ist drauf. Sieht gut aus, ich plante. Der vom B verschieben muss. Über Mitte. Der ist gut gemacht. Der ist gut gemacht. Der ist gut gemacht. Schauen wieder die Bombe. Oder was? Los. See. Schön. Ich hab mich verkauft. Ich hab das was ich haben wollte. Guys, I tell you. We kill them all. Frisch mal wieder hoch aufreißen. Bitte. Busen mich an nochmal rot bitte. Throw in the flashbank. Keiner rot, okay. Throw in the grenade. Schau. 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 Geh ich nicht mehr zu? Auch von hinten irgendwo. Ich glaub ist nur raus. Ich glaub ist nur raus. Oder geht das Main. Bin doch nicht mehr zu holen. 2B. 2B. Keine Ahnung. 2B. Kurz. Frontlicht first. Autowood. Schau. 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 Die nochmal Mitte push. Bitte. Bitte meine ich Red jetzt boosten bitte. Das wär super. Einer von euch da boosten. Servus. Dann booste du ihn Red. Jo. Ich booste ihn hier. Ich booste ihn hier. I throw in the flashbank. Grenade. Schau. Oh danke. Wo schneiden von B aus? Throw in the flashbank. Ach sie. Äh K. 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 Kann's planten. Planten. Throw in smoke. Off has been planted. Tobi hast nen lag. Feinds oder? Ne. Grenade. Slashbank. Grenade out. Slap. Grenade out. Einer Karp. Ach. Schön schön. Ähm. We have defeated them. Ja. Das war's wieder mit Captain Cell. Na tollen Crew. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.